Hallo und willkommen bei Plottertante. Ich möchte mit dir heute eine Schachtel mit Deckel machen, aber nicht irgendeine Schachtel, sondern eine trapezförmige Schachtel, das heißt die Kanten hier auf der Seite, die sind nicht gerade, sondern eben schräg und diese Schachtel hat auch einen Deckel, der sich eben genau da anpasst und auch nicht herunterfällt, wenn man ihn draufgibt. Und die Farbzusammenstellung hier bei meiner Vorzeigeschachtel ist wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig, aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, worauf ich hinaus will und wie das Ganze noch aussehen kann, wenn man es dann verziert. Ich habe das Ganze zunächst skizziert, da werde ich euch gerne zeigen, ich habe das auch in mein Programm geladen, da gehe ich dann auch gleich hin, meine Skizze, weil ich euch gerne erklären möchte, wie ich überhaupt vorgehe, wie man auf diese Linien überhaupt kommt, denn je besser ihr skizziert und euch das vorher durchdenkt, desto einfacher lässt sich das dann im Programm auch umsetzen. Und zwar seht ihr hier meine Skizze auf meinem Blog, ich habe hier einfach gesagt, ich möchte hier die Grundform, also das ist dann der Boden, ich zeige es nochmal, das ist hier die untere Fläche hier, die habe ich 8 Einheiten mal 6 Einheiten festgelegt, gerade deshalb, weil es dann für mich einfacher war, hier die Raster einzustellen, aber das könnt ihr natürlich ganz halten, wie ihr wollt. Und dann habe ich mich entschieden, wie hoch, also zuerst habe ich dieses Viereck hier eingezeichnet mit dem 8 mal 6, wie gesagt, dieser Boden. Und danach musste ich mich entscheiden, wie ich denn möchte, wie hoch, wie hoch meine ganze Schachtel werden soll und wie lang diese Strecke hier sein soll und wie lang diese Strecke hier sein soll. Danach mache ich quasi als zweites die Striche durch den Mittelpunkt, also hier genau bei 4 und hier genau bei 3 und gehe diese Strecke nach oben und genau bei mir waren das 6 Einheiten, also 6 Zentimeter, ich habe das in Zentimeter gemacht und komme dann hier bei dem Punkt an und kann dann sagen, wie groß die Strecke hier oben sein soll. Und nachdem mir das ja eine schräge Kante wird, muss ich einfach mich entscheiden. Und da waren dann bei mir in Summe 4 Einheiten, also in jede Richtung, 2 Zentimeter nach draußen. Dann habe ich diesen Punkt definiert, diesen Punkt definiert und diese schräge Linie, die ergibt sich dann von selbst. Aufgrund der 6 Einheiten von der Bodenfläche, dann weiß ich, ich möchte hier 4 Einheiten auf der oberen Fläche in einer Gesamthöhe von 6 Einheiten und so kann ich dann diese beiden Punkte verbinden und habe automatisch die schrägen erstellt. Und das gleiche auch auf der anderen Seite, da gehe ich auch diese 6 Einheiten nach oben, weil sie hatte die gleiche Höhe. Dann überlege ich mir nur, wie lang eben diese obere Hälfte hier sein soll. Da habe ich mich auf 6 Einheiten festgelegt, dann erhalte ich wieder diese Punkte, weil ich gehe 3 Einheiten nach links, 3 Einheiten nach rechts und dann lassen sich diese verbinden und ich habe auch die schrägen hier definiert. Und so macht man das auch für den unteren Bereich, hier und links. Und damit wir das Ganze auch zusammenkleben können, brauchen wir die Laschen und die habe ich hier nur grob eingezeichnet, weil ich eigentlich nur wissen muss, wo sie sich befinden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich hier jeweils eine Lasche anbringe und hier. Das kann man natürlich auch anders machen, wie man das zusammenklebt. Da könnte das, das ist ja jedem selbst überlassen. Und jetzt habe ich mal die Ausgangsbasis für die Schachtel, die ich jetzt im Programm umsetzen möchte. Und dazu gebe ich das jetzt mal auf die Seite, dient aber als guter Richtwert. Als allererstes erstelle ich bei mir ein Raster und das habe ich eingeteilt in einen Zentimeter mit zwei Unterteilungen. Die zwei Unterteilungen habe ich deshalb gemacht, damit ich später die Laschen besser befestigen kann, die Laschen besser ziehen kann. Dazu kommen wir ein bisschen später. Und ich aktiviere auch das am Raster ausrichten. Und mir ist aufgefallen, es ist ganz wichtig, dass ihr das Raster zu Beginn einstellt, bevor ihr etwas aufzieht auf der Matte, denn sonst springt er zwar um die richtigen Werte, aber nicht direkt auf den Linien. Das kann ich ganz kurz demonstrieren. Ich habe jetzt am Raster anzeigen und ausrichten aktiviert. Und wenn ich jetzt etwas aufziehe, dann springt er mir direkt einmal da in die Ecke hinein und er orientiert sich auch immer am Raster. Also wenn ich da jetzt hineinzoome, seht ihr, dass er auch hier in der Teilung direkt auf dieser Rasterlinie ist. Und wenn ich das hier am Raster ausrichten entferne, das lösche ich nochmal und ich mache das Ganze nochmal, dann kann ich mir das Viereck irgendwo hinlegen. Das hat er mir zwei gemacht. Und wenn ich jetzt hier hineingehe, dann seht ihr, es liegt nicht auf einer Linie, sondern irgendwo dazwischen im Raum. Und wenn ich jetzt erst sage, am Raster ausrichten, dann springt er mir eben ganz komisch. Also er springt mir da um die Teilungen, die ich definiert habe, also die Abstände stimmen, aber eben nicht auf den Linien. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr erst, das entferne ich jetzt nochmal, ich gehe wieder in die andere Ansicht, dass ihr zuerst das Raster anzeigen, am Raster ausrichten aktiviert und dann erst eure Elemente aufzieht. So, und jetzt können wir auch schon beginnen. Ich beginne mit diesem inneren Bodenbereich mit 8 x 6 cm. Ich nehme ein Rechteck. Und das geht jetzt auch sehr leicht, hier die Länge zu definieren, weil das ja automatisch auch sich anpasst an den Linien. Also habe ich hier ein 6 x 8 cm Rechteck. Und dann kann ich, wenn ihr die Designer-Edition habt, ist es ein bisschen einfacher. Dann kann man nämlich hier sich Hilfslinien herunterholen, um zu wissen, wo genau seine Linien eben verlaufen sollen. Ich gebe das jetzt hier mal durch das Zentrum. Hier oben habe ich es hingelegt, weil es ist dann genau die Höhe, die ich haben möchte. Von der Seite ziehe ich das auch ins Zentrum, genau auf die Linie. Und dann auch diese 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das mache ich auch links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und unten. Und wer das nicht hat, der muss dann halt die Kästchen zählen. 3, 4, 5, 6. Also wer die Basis-Edition hat, da muss ich dann halt immer merken, wo die Kästchen sind. Und ich kann jetzt halt hier gut anhand dieser Hilfslinien sehen, wo ich dann weiterfahren möchte und weiterarbeiten. So. Und wenn ich jetzt hier wieder auf meinen Plan schaue, dann sehe ich, ich muss diese 6 Einheiten nach oben. Die haben wir schon definiert. Und ich gehe hier 3 nach links und 3 nach rechts. Das wäre jetzt, wenn ich hier oben muss ich ansetzen, hier schneiden, also hier treffen sich die Linien von der Mitte und von meiner Höhe. Und also muss ich hier 3 nach links bis hierher und 3 nach rechts. Entweder kann ich mir hier auch Hilfslinien aufziehen oder ihr habt so gute Augen und braucht das nicht. Und auf der rechten Seite brauche ich hier habe ich gesagt, möchte ich 4 Einheiten haben. Hier trifft sich hier dann die Mittelpunktlinie und die Höhenlinie. Und dann kann ich mir quasi von oben 2 cm nach links und 2 nach rechts oder nach oben nach unten, wie ich dann eben die Schachtel aufziehen werde, definieren. Ist dann hier auf der anderen Seite auch gleich zu sehen. Und jetzt geht es eigentlich schon daran, dass wir hier mal uns jetzt diese anderen Seiten aufziehen können. Dazu gehe ich hier auf das Polygon-Werkzeug und beginne jetzt, sagen wir hier bei diesem Punkt. Das wäre dieser Eckpunkt. Dort mache ich dann meinen ersten Klick. Und nachdem das am Raster Ausrichten aktiviert ist, ist das auch praktisch, weil man muss nicht ganz genau treffen und er geht direkt auf die richtige Stelle. Solltet ihr mal daneben klicken, kann man das ja auch später noch in der Punktebearbeitung korrigieren. Das ist überhaupt kein Problem. So. Das heißt, ich habe gesagt, hier diese Schnittpunkte, die habe ich mir ja schon zurecht gerichtet. Und nachdem am Raster Ausrichten aktiviert ist, kann ich auch ganz schnell hier dem entlangfahren. Hier, die Laschen ignorieren wir noch für den Moment, sondern wir gehen jetzt nur mal entlang, wie unser trapezförmige Schachtel jetzt mal ohne Lasche aussehen soll. Und wie ihr seht, das ist wirklich ganz einfach aufzuziehen. Und jetzt hätten wir das schon mal fertig. Das wäre jetzt die Grundform. Ich gebe dem Ganzen eine Farbe. Dann kann man das, naja, das ist vielleicht eine. So, dann sehe ich die Linien auch noch gut. Und was uns noch fehlt, sind jetzt diese Laschen hier. Und nachdem ich möchte, dass dieses Element hier aber eine Form bleibt, dass ich es auch theoretisch mit Muster oder Farbe füllen kann, möchte ich die Laschen so anbringen, dass sie sich hier eben verbinden mit dieser Form. Und da gibt es bestimmt unterschiedliche Herangehensweisen. Meine ist die folgende. Ich mache jetzt hier mal einfach eine Linie von hier nach da, die ich dann springen lasse um zwei Einheiten. Dann kopiere ich mir das Ganze nach rechts. Also ich spiegle mir das rechts. Und nachdem es immer so schön in diesen Abständen hüpft, wie ich es eingestellt habe, geht das auch ganz schnell und einfach. Und nachdem wir das auch noch nach unten brauchen, spiegle ich das Ganze auch nach unten. Und mit den Pfeiltasten positioniere ich es auch mal daher. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist die kompliziertere Möglichkeit, die Punktebearbeitung. Ihr gebt neue Punkte hinein, die ihr dann anpasst. Aber wie ihr seht, ich mag das nicht so gerne, ich lösche den Punkt nochmal. Oder ihr macht einfach das ganze Spiel mit diesem Polygon noch einmal. Aber ihr habt gesehen, hier springt nicht auf diese Linien, wo wir die Laschen setzen wollen, weil hier wir Punkte setzen, die nicht auf den Linien sind, außer wir nehmen wirklich Punkte, die genau auf den Linien drauf sind und ignorieren, dass vielleicht die Laschen jetzt nicht so symmetrisch sind. Also, nochmal, Polygon-Werkzeug und ich fange jetzt hier einfach nochmal an. Ich mache das ganze Spiel nochmal, ich sehe alles gut. Und jetzt weiß ich, bis dahin möchte ich zu meiner Lasche. Aber er hat mir jetzt das nicht richtig genommen. Moment. Das ganze Spiel noch einmal. Er geht mir hier, glaube ich, nicht, äh genau, er geht mir nicht auf die Linie, kann er auch gar nicht, weil diese Linie eben nicht auf diesen Eckpunkten sich befindet. Macht aber gar nichts. Wir werden das dann einfach im nächsten Schritt mit der Punktebearbeitung wieder korrigieren. Das heißt, wir machen hier einfach Punkte, wo es möglich ist, aber natürlich hier um die Schachtel herum wieder genau auf den Linien. So. Das ist ja leicht. So. So. Und so. Hier in die Punktebearbeitung und nun gebe ich nur am Raster ausrichten heraus, denn ich möchte das jetzt sehr gut verschieben können. Doppelklick, Punktebearbeitung. Ich ziehe das auf die Linie. Huch, den Punkt wollte ich nicht erstellen. Diesen Punkt lösche ich wieder. Hopp. Und nehme diesen Punkt, ziehen auf die Linie, damit ich einfach schöne Laschen bekomme. Dieser Winkel hier, der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Der muss nicht ganz gleich sein. Wichtig ist ja nur, dass wir die Lasche dann gut kleben können. Ja. Also, da kann man sich natürlich in der Perfektion verlieren, muss man aber nicht. So. Jetzt kann ich mal hier das untere herausnehmen. Das brauche ich ja nicht mehr. Ich habe das ja neu gemacht. Das war nur eine Hilfe für mich. Aber, wie ihr seht, fehlen mir jetzt natürlich hier die Perforationslinien, wo ich die Lasche dann umknicken kann. Und dazu nehme ich jetzt die Hilfslinien von vorhin. Die kann ich, wenn ich jetzt wieder die Punkte, also die am Raster ausrichten hineingebe, springt das auch automatisch dorthin, wo ich möchte. Ich markiere das. Es springt mir automatisch daher. Das haben wir vorhin auch genau auf dieselbe Weise anders positioniert. Es stimmt auch das parallel. Es stimmt alles perfekt. Mit gehaltener Shift-Taste nehme ich jetzt alle diese Linien und stelle eine Perforationslinie ein. Und natürlich muss auch hier das innere Rechteck perforiert werden. Und jetzt markiere ich mal alles und gruppiere es und habe mal den unteren Teil der Schachtel fertig. Ja? So einfach ist das. Und hat gar nicht lang gedauert. Und wenn ihr jetzt auch noch den Deckel haben wollt, dann müsst ihr euch jetzt nur überlegen. Okay, der Deckel, der muss von oben drauf passen. Ich zeige das jetzt nochmal her. Ja? Das heißt, diese Fläche hier oben, die habe ich definiert als die gleiche, die sich hier automatisch ergibt aus der Schachtel an sich. Das heißt, ich brauche hier einmal diese Länge, das ist die Höhe oder Breite, je nachdem, und diese. Und da kann ich mir jetzt auch mit diesem Polygon-Werkzeug behelfen. Ich fahre jetzt einfach mal hier einer Seite meiner Schachtel nach. Ich gebe das mal auf die Seite. Ich mache das Gleiche auch für die andere Seite hier. Und es springt mir immer automatisch. Das ist ganz einfach, das zu tun. Gebe das auf die Seite. Und brauche jetzt noch ein Rechteck, was genau diese vier Zentimeter mal sechs Zentimeter hat. Das ziehe ich auf. Vier mal sechs, da ist es schon. Und da ja der Deckel jetzt genau andersherum ist, der also nach nach oben breiter wird oder eben nach unten, je nachdem, muss man jetzt nur diese Flächen anders positionieren. Und zwar müsste man das jetzt sich einfach so vorstellen, dass es so aussieht. So. Ja? Und das spiegeln wir wieder nach rechts. Positionieren ist. Das spiegeln wir nach oben. Und haben jetzt schon mal eine Schachtel fertig, die jetzt aber die ganze Höhe abdecken würde. Das wollen wir ja nicht. Und wir müssen uns jetzt einfach überlegen, wie hoch diese Höhe sein soll. Eins, zwei, vielleicht auch drei. Das heißt, dann ziehe ich jetzt mir diese Hilfslinie mal hier hin. Auf drei. Auf drei. Also die drei Zentimeter Abstand hier. Diese Hilfslinie eins, zwei, drei von der Kante da, hier entfernt. Und nochmal drei. Eins, zwei, drei. Dann lasse ich noch einmal alles durchs Zentrum auch laufen. Huch. Moment, das spät. So. Habe ich. Na? Bitte genau auf der Linie. Hier das Zentrum, hier die drei Zentimeter. Und dann sehe ich jetzt genau, wo ich hier meine Schnittlinien habe. Das heißt, da wo ich meine Hilfslinie habe und die sich schneidet, da um so viel kann ich jetzt verkürzen, ja, um den Deckel zu kürzen. Dazu nehme ich jetzt wieder mein Polygonwerkzeug, fange hier wieder an, gehe bis zu diesem Punkt hier, wo sich die Hilfslinie schneidet. Hier schneidet sie sich hier so und dann da oben. Dann kann ich mir wieder die Elemente entfernen. Die brauche ich nicht mehr. Man sieht jetzt nur nicht, dass hier oben auch die Linien verlaufen, weil sie direkt auf den Hilfslinien drauf sind. Das entferne ich wieder. Und das Einzige, was jetzt hier wieder fehlt, sind die Laschen. Da mache ich denselben Trick wieder vor auch. Zuerst muss ich am Raster ausrichten wieder entfernen. Dann ziehe ich mir hier eine Linie auf, die genau von hier nach da verläuft. Jetzt gebe ich das Raster wieder hinein. Ihr seht schon, das ist wirklich praktisch mit diesem Raster. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie sehr ich hier kleben können möchte. Ich lasse auch hier eine große Lasche. Damit ich die gut kleben kann, spiegle das Ganze einmal nach rechts, hüpfe hier auch her, markiere mir beides mit gehaltener Shift-Taste, spiegle nach unten, hüpfe mit den Pfeiltasten hier her. Jetzt habe ich in dem Fall die Laschen zu dieser Seite hier gemacht und nicht wie hier links und rechts. Ich habe das oben und unten angelegt. Das spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Und jetzt mache ich das gleiche Spiel nochmal, wie vorhin auch. Jetzt fahre ich das Ganze nochmal ab. Ich gebe hier, das kann ich dann nochmal korrigieren. Ihr seht schon, es springt ein bisschen eigenartig. Das machen wir dann besser. Es geht nur bei den Laschen springt das so komisch, wegen dem Raster. Das verbessern wir dann noch. So, die Lasche. Und wir sind schon einmal rundherum. Dann kann ich hier das untenstehende ohne den Laschen entfernen. Markiere mir wieder diese Linie, die ich vorhin als Hilfslinie hatte, mit zweimal springen lassen. Ach, jetzt fahre ich zu schnell, ich muss jetzt zuerst die Laschen wieder schön machen. Das heißt, mit Doppelklick kann ich hier einfach das wieder an dieser Hilfslinie, die ich... Und natürlich am Raster ausrichten. Ihr seht schon, das Raster ausrichten und das zu beherrschen, ist hier essentiell, dass man das versteht, weil man es aktiviert und wieder deaktiviert. Und jetzt kann ich hier meine Laschen schön ziehen. Hier auf die Hilfslinie und hier. Und hier ist es auch noch zu tun. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, gebe ich jetzt am Raster ausrichten wieder hinein. Und jetzt werde ich diese Linien wieder zurückbringen, damit ich auch gleich schöne Perforationslinien habe. Hopp, hopp. Nach links. Und markiere diese jetzt. Und auch gleich das innere Viereck. Und gebe der Linie einen anderen Stil. Und ihr seht schon hier, die Laschen sind vielleicht nicht die schönsten. Wie gesagt, daran kann man feilen, aber die dienen ja nur dazu, dass man sie kleben kann. Und mir persönlich ist das jetzt im Moment nicht so wichtig, sondern ich wollte euch zeigen, wie man hier ganz schnell hier eine Schachtel designen kann. Und jetzt werde ich kurz auf Pause schalten, mir das in meinen Plotter geben und mir diese zwei Elemente auch genauso schneiden lassen, damit ich die euch auch noch zeigen kann. Ich melde mich sofort zurück. So, ich habe das Ganze jetzt geschnitten. Und so sehen jetzt die zwei Stücke aus, nachdem ich sie geschnitten habe. Man sieht hier gut die Perforationslinien, die Laschen. Und ich werde jetzt diese Schachtel schnell knicken und zusammenkleben und euch dann nochmal zeigen. Und bin auch dann gleich wieder da. So, und jetzt habe ich auch meine Teile zusammengeklebt. Das hier ist der untere Teil der Schachtel. Und oben offen. Das hier ist der Deckel. Und wenn wir jetzt alles richtig konstruiert haben, dann passt der auch genau drauf. Was er auch tut. Und er fällt auch nicht herunter, weil er sich ja schön über diese Kanten drüber schieben lässt. Also auf diese Art und Weise mache ich jetzt eben solche Schachteln. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen zeigen, wie man das auf dem Blatt zuerst konstruiert, dass man sehr schnell definieren kann, eben wie diese Seitenkanten auszusehen haben. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Zuerst zeichne ich mir die Grundfläche auf. Ein mache Striche auf meinem Blatt durch die Mitte, durch den Mittelpunkt. Entscheide mich dann für die Höhe. Und ausgehend von diesem Mittelpunkt, der die Höhe definiert, sage ich dann, wie lange diese obere Strecken sein sollen. Und verbinde dann diese Seitenkanten, die sich dann automatisch ergeben. Und dann füge ich noch die Laschen dazu. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben, wie ich das mache. Es gibt da bestimmt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Das war jetzt meine ganz persönliche. Kann sein, dass ich auch viele ein bisschen verwirrt habe. Das tut mir dann leid. Ihr könnt gerne in meine Facebook-Gruppe Plottertante kommen und Fragen stellen. Ich habe auch eine Webseite, plottertante.de. Da findet ihr ganz viele Informationen zum Plotten selbst. Und ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen begrüßen zu dürfen. Ganz viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.